Musik 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 Today, this is the Women's March. We are joining the whole country, protesting against Russian law and Russian methods. Yesterday, the government decided that they do not need any protest wenn sie eine Entscheidung haben, um dieses Land in Richtung Russland zurückzuziehen. Und sie hat uns attackiert. Heute, wir fortsetzen diese Proteste. Das ist die Frauen-Marsch. Frauen sind in der ganzen Land. Frauen stehen dort, wo es ein Kampf gegen die Injustice gibt, und gegen unsere Europäische Zukunft. Wir brauchen unser Land in Europa. Wir protestieren die Russische Verordnung. Ich kenne es Russische Verordnung. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Denn es ist eine russische Verordnung, kontrolliert und auf uns von Russland. Und wir protestieren unsere Regierung, das ist ein Puppet-Verordnung, kontrolliert von Russland. Und wir wollen Unität. Wir wollen die Leute zusammenkommen, wachsen aus dieser Letharzis, die unsere Regierung hat uns in. Für so viele Jahre, wir wollen uns in die Regierung einheitlich gegen ein Regierung. Russland, diese Wahl. Und wir werden gewinnen. Und wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. mit der russischen Lawen, die sie für die erste Instanz gestorben haben. Und jetzt, wir protestieren gegen die russische Lawen, die Georgian government versucht, und bringt in die Lande. Wir sind hier und wir sind bereit zu kämpfen, zu prüfen, was Georgians wirklich wollen. Wir wollen die Europäische Zukunft. Untertitelung. BR 2018